Kubi, Lars, Kubi, Wurf, ja, Herr Hahn, Tor, wer war das? Und das war der Maxim in der letzten Minute, das 2 zu 1 für den VfL gegen Spielverein Erlangen. Hochverdient, sage ich einfach bald, denn das war wirklich eine klasse Leistung aller Spieler. 2 zu 1 gegen Spielverein Erlangen, der zweite Sieg im vierten Spiel. Jetzt haben wir doch noch die Chance, ein bisschen nach oben zu kommen. Prima, Jungs, klasse Leistung.